Am 5. November wird in den Vereinigten Staaten ein neuer Präsident gewählt. Der amtierende Präsident, der 81-jährige Demokrat Joe Biden und sein Vorgänger, der nunmehr 77-jährige Republikaner Donald Trump, werden diese Wahl wohl untereinander ausmachen. Was wird das aber für den Wahlkampf bedeuten? Wie steht es und die Gedächtnisfähigkeit von Joe Biden und welch dramatische Worte wählt Donald Trump im Zusammenhang mit dem Schutz der NATO europäische Länder betreffend? Das und vieles mehr bespreche ich jetzt mit dem US-Kampagnenberater, der unter anderem schon vor längerer Zeit für die Demokraten in den USA tätig gewesen ist, mit Yusuf Pick. Vielen Dank fürs Kommen. Danke für die Einladung. Wie wahrscheinlich ist denn, dass das Duell tatsächlich Joe Biden gegen Donald Trump heißen wird und nicht irgendein Dritter möglicherweise im Vorwahlkampf doch für Überraschungen sorgen wird und vielleicht er dann an die Stelle einer der beiden Träten wird? An die Stelle der beiden Träten ist unwahrscheinlich. Tatsächlich wird es mehr als diese beiden Kandidaten geben. Einerseits ist Nikki Haley noch immer im Rennen um die republikanische Kandidatur, auch wenn das sehr unwahrscheinlich ist, dass sie das wird. Aber was man nicht vergessen darf, gerade in so einem knappen Rennen sind diese Third-Party-Candidates, also diese Kandidaten aus dem dritten Lager oder aus unterschiedlichen dritten Lagern, die dann durchaus den Unterschied machen könnten. Da gibt es Robert Kennedy, da gibt es sozusagen eine Bewegung von moderaten Republikanern, Demokraten, die versuchen jemanden aufzustellen, die haben noch keinen Namen. Also da gibt es ein paar, die zwar dann nicht die Präsidentschaft gewinnen werden, aber vielleicht in den wichtigen Bundesländern, in den wichtigen Bundesstaaten Stimmen von dem einen oder anderen Kandidaten wegnehmen und so das Rennen beeinflussen. Wobei es geht ja immer nur darum, wer von den beiden hat dann mehr Stimmen sozusagen. Also wenn jetzt ein Dritter noch fünf oder sieben oder zehn Prozent abkassiert, am Ende entscheidet ja das nicht viel Unterschied, dass der, der die Mehrheit hat, den ganzen Bundesstaat gewinnt. Richtig, es ist ein Win-It-Hack-Out-Prinzip, das heißt in den Swing-States wie Wisconsin zum Beispiel, einer der wichtigen, der von Hillary Clinton 2016 verloren wurde, von Joe Biden wieder zurück, erobert wurde eine demokratische Hochburg eigentlich. Wenn in diesem Bundesstaat sozusagen es 49, 48 steht für, sagen wir, Joe Biden und dann kommt ein dritter Kandidat daher und nimmt zwei Prozent von Joe Biden weg, na, dann ist der Bundesstaat umgedreht und Donald Trump gewinnt alles und gewinnt so die Präsidentschaft. Das heißt, da würde Biden, bleiben wir bei dem Beispiel, von 49 auf 47 oder 46 und das ist dann eben weniger als die Hälfte und damit gewinnt der andere alles. Das ist korrekt. Es gibt sozusagen die sogenannten Wahlmänner, die man ja mittlerweile jetzt schon kennt. Jeder Bundesstaat hat unterschiedlich viele und dann würde in diesem Beispiel Donald Trump eben die Wahlmänner aus Wisconsin gewinnen. Ja, Donald Trump hat beim republikanischen Wählervolk, muss man sagen, doch relativ viele Fürsprecher, vielleicht auch ein paar, die ihn fürchten, aber im Wesentlichen in seiner eigenen der republikanischen Partei ist er irgendwie ganz oben am Protest. Joe Biden innerhalb der Demokraten hat durchaus auch Gegner. Manche sagen, die Gedächtnisfähigkeit ist nicht mehr so, wie man sich das vorstellen würde. In manchen Aussagen werden Personen verwechselt, zuletzt etwa der ägyptische Präsident mit dem mexikanischen Präsidenten. Sehr verwirrt wirkt er manchmal. Wie steht es denn wirklich um das Gedächtnis von Joe Biden? Naja, wenn man dem, also was stimmt ist, dass er nach außen oft sehr verwirrt wirkt. Es ist ja bekannt dafür, dass er als Kind gestottert hat und das noch immer überwindet. Er ist natürlich ein alter Kandidat, aber es gibt kaum Geschichten von hinter den Kulissen, die was Ähnliches sozusagen zeigen. Jeder, der mit ihm spricht, auch ausländische Staatsmänner und so weiter, sagen, er ist voll bei der Sache. Also da mache ich mir wenig Sorgen. Und was Trump angeht, möchte ich Sie ein bisschen korrigieren, weil tatsächlich ist er nicht ganz so fest im Sattel, wie es vielleicht scheinen mag, weil es ja doch sozusagen dafür, dass er unter Anführungszeichen der amtierende Präsident ist, zumindest aus Sicht des republikanischen Wählers, wo ja sozusagen 2020 nicht stattgefunden hat, dafür steht er gar nicht so gut da. Dafür hat er ja bei den Vorwahlen nicht 90 Prozent, sondern eben nur knapp über 50. Das heißt, es gibt da schon unter Republikanern, unter den moderaten Republikanern durchaus sozusagen Skepsis und sei das sozusagen gar nicht inhaltliche Skepsis, sondern Skepsis, dass der das nochmal gewinnen könnte oder Skepsis, was seinen Stil betrifft und so weiter. Das heißt, Donald Trump hat zwar ja die sozusagen kernrepublikanische Basis fest unter Kontrolle, aber die, die es auch noch braucht, um zu gewinnen, die moderaten Republikaner, sozusagen die klassischen Kapitalisten, die gegen Steuern sind und für Eigeninteressen, die muss er noch gewinnen und da muss er schauen, dass er die, wenn er tatsächlich Kandidat wird im November, dass er die überzeugen kann, dass er trotzdem der Richtige ist, dass die nicht zu Hause bleiben oder gar schon weiter. Ganz interessant, jetzt Donald Trump hat am Wochenende wieder aufhorchen lassen mit der Aussage, dass jene Länder der NATO nicht unterstützt werden würden, wenn es zu einem Kriegseintritt zum Beispiel von Wladimir Putin kommt, wenn sie nicht zumindest die geforderten zwei Prozent des Bruttoinlandsproduktes ins NATO-Verteidigungsbudget einzahlen. Man kann sagen, es war gerade so eine Ermutigung für Wladimir Putin, jene NATO-Länder möglicherweise doch künftig nicht beschießen zu wollen, sondern zumindest es nicht ganz auszuschließen. Er hat sich richtiggehend ermutigt, die Russen, das in Erwägung zu ziehen. Ist das nicht eine vollkommene Grenzüberschreitung? Das ist natürlich wieder mal eine Grenzüberschreitung, wie wir viele von ihm schon gesehen haben, aber mehr als sozusagen, es ist ein gutes Beispiel dafür, was ich vorher gesagt habe, die engste republikanische Basis, die sozusagen unser Geld für unsere Leute Basis, die feiern das. Die sagen, wer nicht zu einer Art einzahlt, der soll auch nichts bekommen und die USA schickt sowieso zu viel Geld ins Ausland und zu wenig Geld für unsere Leute etc. Dieses Argument funktioniert für die super, aber ein Teil der Republikaner ist ja trotzdem noch diese, wie man sozusagen im Amerikanischen sagt, die Hawks, also die außenpolitischen Adler, Falken, die doch sozusagen dafür stehen, dass die USA eine Weltpolizei sind, die sich in Konflikte einmischt und die proaktive militärische Außenpolitik macht. Und das kann man jetzt gut finden oder nicht, aber die sind meistens auf republikanischer Seite und auch die muss Donald Trump überzeugen, ihn zu wählen. Und die sind durchaus sozusagen zwar jetzt nicht die Masse an republikanischen Wählern, aber doch sozusagen ein wichtiger, ein relevanter Faktor. Aber Sie sagen, der Kern der Republikaner, quasi der kleine Mann von der Straße, wenn man so will, im Mittleren Westen zum Beispiel, der empfindet das als richtig, dass Russland motiviert wird, auf jene Länder auch hinzuschielen, die quasi zu wenig einzahlen und die vielleicht im weitesten Sinne auch anzugreifen. Na, wenn Sie es so sagen, nicht. Aber wenn Sie sagen, ich bin dafür, dass unser Geld bei unseren Leuten bleibt, dann ist das schon wieder was anderes. Ja, sehr viel Aufregung in diesem Zusammenhang. Wie wäre denn das Verhältnis von Donald Trump und Wladimir Putin? Da hat es immer wieder geheißen, die verstehen sich ganz gut, da gibt es Gemeinsamkeiten, dann hat es der Trump wieder abgelehnt. Nein, das ist nicht so, das ist ein Gegner. Gibt es da Überlieferungen, wie er verfahren würde mit Russland in der aktuellen Situation, insbesondere auch im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg? Da hat sich auf jeden Fall einiges geändert. Schon zwischen 2016 und 2020 war das Verhältnis von Donald Trump und Putin sehr eng, wobei man sagen muss, dass es sozusagen durchaus gewirkt hat, als wäre Donald Trump ein Spielzeug von Putin oder sozusagen eine Figur auf Putins Schachbrett. Es ist ja auch bekannt, dass Russland die Wahlen 2016 beeinflusst hat, jetzt nicht unbedingt notwendigerweise für Donald Trump, aber jedenfalls gegen Hillary Clinton. Und oft war es ja so, dass in diesen Besprechungen zwischen Trump und Putin dann kein Übersetzer da war oder nur ein Übersetzer vom Kreml. Das heißt, dieses Verhältnis ist auf jeden Fall problematisch, auch aus europäischer Sicht, weil, jetzt kommt noch dazu, dass sozusagen Putin einen Angriffskrieg in der Ukraine führt. Die Republikaner, wie man jetzt schon sieht, wird ja sozusagen die Ukraine nicht unterstützen. Es immer schwer ist für Biden, Geld durch den Kongress zu bekommen für Hilfe an die Ukraine. Und wenn die Ukraine keine militärische oder keine finanzielle militärische Unterstützung mehr von den USA bekommt, weil Donald Trump wieder im Weißen Haus sitzt, ja, dann wird die Ukraine von Russland überrannt werden. Das heißt, man kann es verkürzt sagen, eine Wahl von Donald Trump zum nächsten amerikanischen Präsidenten würde den Sieg der Ukraine vollkommen unrealistisch erscheinen lassen und geradezu den Sieg Putins als quasi gegeben bezeichnen. Das sehen Militärexperten so. Und das spielt dann wieder sozusagen erstens nach Europa rein, natürlich, und zweitens wieder zur Frage, was kommt dann als nächstes? Wenn Donald Trump sagt, na gut, dann schauen wir uns halt die NATO-Staaten rund um die Ukraine an oder in Europa an und wer zahlt da keine zwei Prozent ein? Und wenn Putin dann anfängt, das müssen ja nicht sozusagen, das muss ja nur Geplänkel sein, das muss ja keine echte militärische Intervention sein, dann ist die Situation in Europa nochmal prekärer. Das ist sehr dramatisch natürlich auch jetzt für die NATO-Länder in Europa. Das sind ja sehr, sehr viele, die Mehrheit der NATO-Länder liegt in Europa. Andrew Bates, wir haben es vorher gehabt, der Sprecher des Weißenhauses derzeit aktuell, sagt, die Bezeichnung wäre entsetzlich von Donald Trump, Wladimir Putin quasi zu ermutigen, NATO-Länder durchaus auch anzugreifen, die zu wenig einzahlen. Das wirkt gestört. Wie ist denn das Verhältnis derzeit zwischen den Demokraten und den Republikanern jetzt auch rein verbal betrachtet? Naja, das ist gespalten, weil da kann man tatsächlich nicht von den Republikanern vor allem sprechen. Wir haben gerade gesehen, im Kongress haben die Republikaner im Senat vor allem gemeinsam an einem Gesetz gearbeitet. Da ging es einerseits um Israel-Hilfen, andererseits um Ukraine-Hilfen und drittens um die Situation an der Südgrenze der USA, die derzeit enorm belastet ist. Sehr, sehr viele Menschen kommen an die Grenze und stellen Asyl. Das Asylsystem braucht hier Unterstützung. Und Demokraten, die ja sozusagen in solchen Fragen normalerweise immer zögerlich sind, waren da durchaus bereit, Kompromisse einzugehen. Und die Republikaner haben aus ihrer Sicht, möchte man glauben, ein sehr, sehr gutes Paket für die Grenze bekommen, ausverhandelt im Senat. Das Ganze muss dann noch durchs Abgeordnetenhaus, wo die Hitzköpfe mehr sind und sozusagen die Trump-Loyalisten mehr, also mehr Trump-Loyalisten gibt. Und die haben diesen Kompromiss absolut repetiert, auch zum Leidwesen der Senatoren, der republikanischen Senatoren im Senat. Das heißt, da gibt es durchaus immer wieder Möglichkeiten, für die beiden Parteien zusammenzuarbeiten. Aber diese kleine, radikale, aber wachsinnende Gruppe an Mega-Republicans, also Make America Great Republicans, diesen kleinen Trumpisten, die in unterschiedlichen Bundesstaaten in Kongressen sitzen, die torpedieren oft was. Das war auch sozusagen im Herbst so, als sie ihren eigenen Speaker of the House abgewählt haben. Auch da war es nur eine kleine, radikale Gruppe, die dafür führt. Aber sozusagen, nachdem da im Kongress die republikanische Mehrheit so dünn ist, braucht man eben alle, auch wenn es nur zehn sind, braucht man die, um Gesetze durchzubringen. Das heißt, dramatische Konsequenz möglicherweise für die Ukraine, aber auch für Israel womöglich, wo ja Netanyahu derzeit Schwierigkeiten hat, generell den Druck der Öffentlichkeit standzuhalten und die Angriffszirkeln immer vergrößert. Rafat zum Beispiel haben wir vorher gerade berichtet, im Süden des Gazastreifens wird jetzt bereits angegriffen. Zuerst war es nur unter Anführungszeichen der Norden, dann der Südteil und jetzt ganz der Grenzpunkt zu Ägypten. Wie würde sich denn eine Trump-Wahl auf den Israel-Krieg auswirken? Das ist tatsächlich eine Frage, die mich als sozusagen Kampagnen-Experte überfordert. Ich bin kein Außenpolitiker. Tatsächlich ist ja Trumps Verhältnis zu Israel ein sehr gespaltenes. Er selbst oder die Republikaner an sich sind ja sehr pro-Israeli eingestellt. Trump hat ja sogar die Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem verlegen lassen, als Symbol dafür, dass sozusagen Israel ein israelischer Staat sein soll, oder das gesamte Territorium ein israelischer Staat sein soll. Gleichzeitig gibt es natürlich extrem viele Antisemiten in der republikanischen rechtsextremen Basis, die damit Probleme haben. Also das lässt sich sozusagen aus heutiger Sicht schwer einschätzen, in welche Richtung es da gehen wird. Also eine Zwei-Staaten-Lösung ist nichts für Donald Trump. Der wollte damals ja mit der Botschaftsverlegung schon sagen, Israel ist alles nur Israel. Da gibt es keine Palästinenser-Gebiete, keine Sachen wie das Westjordanland. Alles ist Israel. Wie so oft in diesem Konflikt sind Rechtsextreme da ein bisschen sozusagen zwischen den Stühlen. Antisemiten sind es, aber sie sind auch Antimuslime. Und deshalb weiß man nicht genau sozusagen, zu welchen dieser aus Rechtsextremersicht Untermenschen man halten soll. Kommen wir zur konkreten Kampagne. Da ist ja jemand, der schon mit dabei vor Ort gewesen ist, einmal mitzuerleben, wie man so etwas macht. Ja, wohl sehr berufen zu sagen, wie entscheidet man denn neun Monate vor einer Wahl, und da sind wir jetzt gerade, Themenschwerpunkte zum Beispiel, Örtlichkeiten, geografische Schwerpunkte. Wer sagt konkret an, über was kampagisiert wird? Naja, das ist sozusagen ähnlich wie bei uns. Es geht um, Bill Clinton hat schon gesagt, it's the economy stupid. Das gilt ganz besonders für Joe Biden, der ja fantastische Wirtschaftszahlen hat, hat sozusagen die USA aus der Corona-Krise geführt, hat eine Rezension verhindert. Die Inflation ist unter Kontrolle halbwegs in den USA. Ja, aber diese guten Wirtschaftszahlen kommen nicht bei den Menschen an. Die Frage ist, ist das sozusagen nur gespürt? Da gab es sozusagen eine Zeit lang vor ein paar Wochen den Begriff der Weibflaschen. Also sozusagen, man spürt irgendwie, dass die Inflation noch immer da ist, und man spürt irgendwie, dass es der Wirtschaft schlecht geht am eigenen Geldbörsel, auch wenn es die Ökonomen und Ökonominnen anders erzählen. Das heißt sozusagen, das muss schon bei den Leuten ankommen, dass es der Wirtschaft so gut geht. Und das dürfte im Moment sozusagen nur bei den Oberen ankommen und noch nicht bei den Menschen, wo es zählt. Das heißt, das ist ein ganz wichtiger Punkt für Joe Biden, die Wirtschaft als Thema. Natürlich auch die Frage von Frauengesundheit, Autonomie über den eigenen Körper. Donald Trumps Supreme Court, also Verfassungsrichter haben ja dafür gesorgt, dass Abtreibung nicht mehr überall erlaubt ist. Das ist ein Thema, das vor allem Frauen, aber auch junge Männer beschäftigt und zu den Urnen treibt. Das haben wir 2022 bei den Mittels gesehen, dass das ein wahllausschlaggebendes Thema ist. Also das ist sozusagen auf Themenlage einige der Punkte. Und strategisch muss man sich anschauen, wir haben vorher schon über diese Swing States gesprochen. Was sind die gewinnbaren Swing States? Und da gibt es einige unterschiedliche Pfade. Also vor 25 Jahren, 2000 können wir uns erinnern, Florida, Bush vs. Gore, da war Florida der Swing State, um den es gegangen ist. Der ist mittlerweile passé, davon kann man ausgehen, dass der auf republikanischer Seite landet. Aber es gibt sozusagen die Blue Wall, das sind die Bundesstaaten im Norden, da ist eben Wisconsin dabei, Michigan, aber auch Pennsylvania sind da die drei wichtigen. Das sind drei Bundesstaaten, die Hillary Clinton verloren hat und Joe Biden gewonnen hat. Und da geht es dann insgesamt nur um 40.000 bis 100.000 Stimmen von 35 Millionen, also von Millionen von Stimmen, die dann in den jeweiligen Bundesstaaten auf die eine oder andere Seite kippen. Das heißt, diese Nordstaaten sind ein Thema. Und das Sunbelt, der sogenannte, also Nevada ist einer dieser Swing States, der immer mehr demokratisch wird, der sozusagen da wichtig ist, eben in diesem Pfad zu diesen 270 Wahlmännern, die es braucht. Auch Arizona ist immer wieder Thema, der hin und her swingt. Also das sind so zwei Regionen, auf die man ganz genau schauen muss. Das sind Details mit den Swing States, dass wenige Stimmen trotzdem über hunderte Millionen Amerikaner letztlich entscheiden können. Ganz zum Schluss noch den Punkt gebracht, die Wahrscheinlichkeit, dass Joe Biden wieder nicht nur antritt, das ist wohl sehr, sehr realistisch, sondern auch gewinnen wird. Ist die jetzt wirklich 50-50? Oder muss man sagen, er hat weniger Chance als Donald Trump, der große martialische Worte verwendet. Kann man jetzt schon eine Einschätzung abgeben, wie es ausgehen wird? Nein, es muss noch sehr, sehr viel passieren. Ich war noch nie ein Freund von Vorhersagen. Ich bin ein Freund davon, auf die Straße zu gehen und Kampagne zu machen und zu arbeiten und dafür zu sorgen, dass es in die eine oder andere Richtung ausgeht, aber nicht sozusagen vorherzusagen. Und es passiert ja wirklich noch sehr viel. Wir haben Februar, die Vorwahlen von den Republikanern sind noch nicht geschlagen. Nikki Haley hat gesagt, sie wird mindestens bis Super Tuesday, also noch einen Monat, bis zum 5. März im Wahlkampf bleiben. Dann dauert es ein paar Monate, bis die Parteitage stattgefunden haben und so weiter. Und was man nicht vergessen darf, es gibt, ich habe selbst sozusagen die Zahl vergessen, Dutzende, Hunderte Urteile, auf die Donald Trump noch warten muss. Und das ist schon eine Zahl, die ganz relevant ist in diversen Umfragen, wird oft gefragt, sozusagen ändert sich die Wahlentscheidung, wenn Donald Trump mal tatsächlich verurteilt ist. Und die meisten Menschen sagen ja. Das heißt, wenn Donald Trump in einem dieser unterschiedlichen, sozusagen auch, beim einen geht es um Vergewaltigung und Missbrauch, beim anderen geht es um Kampagnenfinanzierung, dann geht es wieder sozusagen um Lügen vor einem Ausschuss, dann geht es um sein Vermögen, sozusagen Steuerhinterziehung. Also es geht auf ganz vielen unterschiedlichen Ebenen. Gibt es gerade Urteile oder gibt es gerade Gerichtsverfahren? Und wenn in diesen nächsten paar Monaten bis zum November eines dieser Urteile gefällt wird, dann endet sich die gesamte Spiellandschaft. Und ich glaube tatsächlich, dass viele Amerikaner erst jetzt anfangen zu begreifen, dass Donald Trump wieder da ist. Die haben sozusagen ein bisschen was anderes gemacht, als Politik zu verfolgen, wie Sie und ich. Und kommen erst jetzt rauf und merken erst jetzt sozusagen, dass sie auch schon vor vier Jahren gegen Donald Trump waren. Das sollte Joe Biden dann auch helfen, Richtung November. Donald Trump ist definitiv wieder sehr präsent in den letzten Wochen gewesen. Das heißt, meine letzte Frage haben Sie schon vorweggenommen. Eine Urteilsverkündung gegen ihn, gegen Donald Trump, in einem der vielen Verfahren jetzt, würden seine Chancen schon messbar schwächen? Das sagen zumindest derzeit die Umfragen. Aber wie gesagt, es kommt auf 40.000 Menschen in Wisconsin, Pennsylvania und Michigan an. Wie die das sehen, das werden wir dann im November sehen. Also das amerikanische Wahlrecht werde ich nie so wirklich verstehen, dass so eine ganz kleine Minderheit hunderte Millionen Menschen beeinflussen kann. Das ist eben das Wahlmännerrecht. Der Winner, der Exit All, Sie haben es schon gesagt, Jussi Pick einmal mehr. Vielen Dank für den Blick hinter die Kulissen. Spannende Monate kommen auf uns zu. Danke für die Einladung. Dankeschön. Danke für die Einladung.